Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Medizin im Gespräch aus dem Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt. In der heutigen Ausgabe befassen wir uns mit dem Thema, das gesellschaftlich immer wieder heiß diskutiert wird mit der Organspende. Und mein Gesprächsgast dazu ist Herr Dr. Alexander Koch, der Oberarzt der Anästhesie und operativen Intensivmedizin hier im Leopoldina Krankenhaus und er ist auch einer der beiden Transplantationsbeauftragten dieses Hauses. Herzlich willkommen, Herr Dr. Koch. Guten Abend. Ja, Herr Dr. Koch, Organspende ist ja ein sehr emotionales Thema. Grundsätzlich finden es viele gut, aber wenn es dann soweit ist oder wenn man sich damit beschäftigen muss, dann sind die Menschen doch gespalten oder auch eher verhalten. Wie erklären Sie sich das? Ja, sich mit dem eigenen Ableben auseinanderzusetzen, ist nicht so schön und das verdrängt man ganz gerne. Das kann ich durchaus verstehen und das ist auch absurd in Ordnung so. Und insgesamt habe ich ja doch das Gefühl, dass die Leute sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, auch wenn man die Zahlen ansieht. Es war im Jahr 2008 beispielsweise so, dass etwa 17 Prozent der Bundesdeutschen einen Organspendeausweis hat. Im Jahr 2018 waren es bereits über 37 Prozent. Also es ist doch eine Bereitschaft da, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Ich würde es gar nicht so negativ formulieren wollen. Das ist schon mal gut. Wir wollen ja auch noch weiter dazu beitragen, gewisse Unklarheiten und Zweifel zu beseitigen. Erst mal für den Überblick. Wie ist denn die Organspende in Deutschland grundsätzlich organisiert? Grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass das Spenden eines Organs davon abhängig ist, ob ein Mensch hirntot ist. Das ist nicht in jedem europäischen Land so, aber in Deutschland ist es so. Einige Menschen sterben, weil sie eine schwere Erkrankung ihres Gehirns haben oder eine Verletzung haben und in manchen Fällen stirbt das Gehirn ab und es ist dann unter intensivmedizinischen Kautelen durchaus möglich, das Herz weiter schlagen zu lassen, dass die Atmung funktioniert, dass der Rest der Organe funktioniert. Sollte dieser Fall eingetreten sein, dann würden wir eventuell überprüfen, ob dieser Mensch dazu bereit gewesen wäre, seine Organe nach seinem Leben jemandem anderen zur Verfügung zu stellen. Im einfachsten Falle, wenn ein Organspenderausweis existiert. Andererseits, oder was wir auch sehr häufig dann machen müssen, ist mit den Angehörigen zu sprechen. Sollten diese ihre Einwilligung geben oder ein Organspenderausweis existieren, in dem der Patient zu Lebzeiten festgelegt hat, dass er gerne möchte, dass seine Organe gespendet werden, dann würden wir Kontakt mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation aufnehmen. Diese würde dann zu uns kommen und wir würden alles weitere regeln. Wir würden dann den potenziellen Organspender untersuchen. Da gibt es gewisse Regularien, nach denen das vorgenommen wird. Und dann geht von der DSO, also der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Meldung nach Eurotransplant und man sucht nach dem geeigneten Empfänger. Inzwischen laufen die Prozeduren hier weiter und wir bereiten dann vor, dass die Organe dieses Menschen hier explantiert werden. Da kommt dann entweder aus Würzburg ein Team, um Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse zu entfernen. Sollte das Herz oder die Lunge entfernt werden und transplantiert werden, kommen meistens die Chirurgen aus den entsprechenden Häusern, wo das Organ dann transplantiert wird zu uns, entnehmen dies und das wird dann zu dem potenziellen Empfänger transportiert und dort neu implantiert. Und unsere Aufgabe hier als kleineres Spendekrankenhaus ist damit beendet. Welche Rolle fällt denn da bei Ihnen und Ihrem Kollegen, mit dem Sie sich die Transplantationsbeauftragten teilen, Herrn Klaus Dötter, der ist der leitende Oberarzt der Neurologischen Klinik zu. Wie teilen Sie sich diese Aufgaben auf? Gut, wir haben ja einige Intensivstationen hier im Haus. Wir haben eine Kinderintensivstation, wir haben eine operative Intensivstation und eine konservative Intensivstation. Herr Dötter ist Neurologe und kümmert sich in erster Linie um die Patienten auf seiner neurologischen Intensivstation und auf der medizinischen Intensivstation, die gleich nebenan ist. Ich kümmere mich in erster Linie um die Patienten bei uns auf der operativen Intensivstation. Und im täglichen Leben gibt es unheimlich viele Dinge, die wir einfach gemeinsam erledigen müssen. Wir müssen die Geschäftsführung informieren über gewisse Zahlen, wir müssen regelmäßigen Kontakt zur DSO halten, wir bereiten die eine oder andere Fortbildung vor, manchmal kommen Gäste von außerhalb und und und. Und es ist einfach gut, da nicht alleine zu sein. Es sind doch viele Intensivbetten, die wir betreuen müssen und wir versuchen uns da gemeinsam zu ergänzen und jeder seine Expertise damit einzubringen. Diese Aufgabe als Transplantationsbeauftragter ist für Sie und für Ihren Kollegen sicherlich auch persönlich nicht einfach. Wie gehen Sie selbst mit dieser Aufgabe um? Ich bin leider daran gewöhnt, mit Sterbenden umzugehen. Das ist in der Natur der Sache, wenn man eine Intensivstation betreut und da im Jahr über 1000 Menschen betreut. Und dann sind es sehr häufig sehr schwerkranke Menschen und viele von denen sterben auch. Und manche sterben auch im Hirntod und insofern ist das nicht ganz anders. Allerdings ist es natürlich schon schwierig, mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen und vielleicht nochmal so eine Frage zu stellen. Mir persönlich fällt es wesentlich leichter, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich mich, solange noch Hoffnung bestand für diesen Menschen, alles für ihn tun konnte. Und ich denke, das ist für die Angehörigen auch sehr, sehr wichtig, dass sie dann das Gefühl haben, es ist alles getan worden und jetzt ist der Kampf um dieses Leben verloren. Und dann fällt es mir zumindest leichter, auch den Angehörigen die Frage zu stellen. Dass ein Organ gespendet wird. Ja, liebe Zuschauer, wir haben einen Einspieler vorbereitet, denn Herr Heiner Röschert ist ein Angehöriger und er berichtet von seinen Erfahrungen. Also aus meiner Sicht sage ich immer, Knall hat, die Organspende war aus meiner Sicht nicht notwendig. Es wäre viel schöner gewesen, wenn die nicht stattgefunden hätte. Es war aber so, dass vor sieben Jahren meine beiden erwachsenen Kinder, Pia mit damals 27 und Felix mit 25 Jahren, bei mir Heiligabend gefeiert haben und zurück nach Würzburg, wo ein bisschen außerhalb von Würzburg in Eibelstadt, zurück nach Würzburg fuhren. Und dort, wie sie nach dem Ortskern Eibelstadt auf die Bundesstraße kamen oder auf der Bundesstraße waren, sind von hinten zwei Fahrzeuge gekommen, die ein Autorennen gefahren haben und die die beiden ungebremst mit 180 Kilometer gerammt haben. Da war es dann so, dass Pia sofort tot war, war also überhaupt nichts mehr zu machen, trotz Reanimation und dergleichen. Und Felix, sofort der Verdacht bestand auf Hirntot, dort auch noch reanimiert wurde von einem Arzt und beide wurden dann in die Klinik gebracht, in die Uniklinik in Würzburg. Ich habe also die Nachricht dann von dem Unfall circa zwei Stunden später bekommen und wurde dann von dem Notfallzielsorger, der mit dabei war, in die Klinik gebracht, war dann als erstes auch bei Felix und habe also gesehen, dass er an den Maschinen hängt. Aber der Verdacht ist also schon ausgesprochen worden, der Hirntot. Und Pia war schon in einem separaten Raum untergebracht. Da habe ich mir zum Thema Organspende eigentlich noch keinen Gedanken gemacht, ganz klar. Da hatte ich andere Gedanken in mir. Da war ich also, ja, nicht ich selbst, sage ich mal. Und ich wurde dann, ich weiß nicht mehr, zwei Stunden, drei Stunden später, wurde ich dann vom Oberarzt angesprochen, dass bei Felix gegebenenfalls die Möglichkeit besteht, dass er Organspender werden kann und wie ich dazu stehe. Da ich wusste, dass Felix einen Organspendeausweis hatte, war das also nicht meine Entscheidung, die Organspende, sondern die von meinem Sohn. Er war vom Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger und hat sich mit dem Thema also schon während der Ausbildung, er war dann später fertig und hat nur noch halbtags gearbeitet, um weiterzumachen auch in der ärztlichen Schiene, hat sich mit dem Thema verfasst. Wir haben auch über das Thema gesprochen. Felix hat fünf Organe gespendet an vier verschiedene Menschen. Ich bin stolz auf meinen Sohn, sage ich offen und ehrlich, dass er in seinen jungen Jahren mit 25 sich dafür entschieden hat, Organe zu spenden. Ich selbst bin zum Thema Organspende, ich sage jetzt mal vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre erst danach eigentlich gekommen. Man ist in so einer Ausnahmesituation, so dass jeder Ausweis, egal ob ein Ja oder ein Nein auch angekreuzt ist, einfach die Angehörigen erleichtert in dieser Situation. Wenn Sie sehen, dass in Deutschland in etwa 800.000 Menschen pro Jahr sterben und nur ein Prozent überhaupt die Chance hat, Organe zu spenden durch den Hirntod, ist ja die einzige Möglichkeit in Deutschland. Wenn jeder von diesen einem Menschen von den sieben möglichen Organen nur zwei oder drei spenden würde, hätten wir Überhang ohne Ende. Liebe Zuschauer, Sie sehen, es ist wirklich wichtig, dass es geklärt ist, ob jemand Organe spenden möchte oder nicht. Herr Doktor Koch, welche Organe können denn generell überhaupt gespendet werden und dann auch implantiert werden erfolgreich? Gut, in aller Regel werden die Nieren gespendet, die Leber kann gespendet werden, das Herz kann gespendet werden, die Lungen können gespendet werden, Bauchspeicheldrüsen, in seltenen Fällen auch Dünndarm. Und daneben gibt es noch die Möglichkeit, dass auch Gewebe gespendet werden, aber das ist ein Thema, das jetzt eigentlich eher die Gewebespende und weniger die Organspende betrifft. In Europa sind die Regelungen eben nicht einheitlich. In anderen Ländern sieht es anders aus. Haben Sie da ein Beispiel dafür, wie es vielleicht auch gut laufen kann? Also es werden deutlich mehr Organe beispielsweise in Spanien gespendet. Das hat verschiedene Ursachen. In Spanien werden 45 bis 49 Spender pro einer Million Einwohner pro Jahr registriert. Bei uns waren es zuletzt knapp unter 10. Aber das hat viele Gründe. Das eine ist sicherlich diese Widerspruchslösung, die momentan in der Diskussion ist. Das andere ist, dass die Spanier wesentlich besser ausgebildet sind, auch viel mehr Geld darin investieren. Und ein Drittel der spanischen Organe werden nicht so wie bei uns nach Feststellung eines Hirntodes explantiert, sondern allein, wenn der Tod, der Herztod festgestellt ist. Das ist ganz anders als bei uns. Und bei uns ist die Organspende eindeutig an den Hirntod gebunden. Und ich denke, wir haben da auch sehr, sehr strenge Regularien und das stimmt auch gut so. Wir haben ja gehört, es ist eben ungemein schwer, ein benötigtes Organ auch rechtzeitig für bestimmte Menschen zu bekommen, die wirklich dringend auf ein neues Organ warten. Ganz viel Glück hatte und schon vor langer Zeit Maria Jakob. Sie lebt heute schon sehr, sehr lange mit einem Spenderherz. Und wir haben sie mal besucht. Hören Sie zu, was sie zu sagen hat. Ich hatte einen Hinterwandinfarkt, der das Herz so kaputt gemacht hat, dass ganz wenig mehr möglich war und funktioniert hat. Und das hat dann lange gedauert. Ich war dann fast ein halbes Jahr im Krankenhaus immer etwas auf und ab und auf und ab, bis es dann zum Schluss nicht mehr ging und ich ja fast gestorben wäre, wenn ich nicht ganz schnell ein Herz bekommen hätte. Ich habe immer gedacht, ich kann mit meinem alten Herzen noch irgendwie, halt sehr eingeschränkt, aber wenigstens irgendwie leben, aber es wäre nicht mehr möglich gewesen. Ich hätte nicht mehr vom Bett aufstehen, nichts mehr gekonnt. Da kamen extra von Würzburg Ärzte hierher. Die haben mich dann aufgeklärt über die Organe, also wie sowas funktioniert. Und haben mir dann auch noch ein Geheft dagelassen, das ich durcharbeiten konnte. Und es war ganz kurz, also ich war noch nicht immer ganz mit dem Heft fertig, war das Organ da. Ich glaube, man hat gar keine andere Wahl. Wenn man in der Situation ist, dann klammert man sich einfach an jedes Fädchen. Und das war die einzige Möglichkeit. Ich wäre jetzt schon fast 22 Jahre tot. Also Sie können sagen, vorher sind Sie in einer Art Grauzone. Ich konnte und wollte eigentlich überhaupt nichts mehr. Da kommen keine Tränen oder sonstige Gedanken. Da vegetiert man mehr vor sich hin. Ja und dann nachher, ja dann kommt man irgendwie in den OP oder wird vorbereitet. Und nachher wacht man auf und erschrocken bin ich von dem lauten Schlagen des Herzens. Das hat mich dann gedacht, ich bekomme irgendeinen Anfall oder was. Bis die Ärzte mich dann aufgeklärt haben, das ist jetzt mein neues Herz. Das pumpt nur viel lauter als mein altes. Einschränkungen hat man selbstverständlich durch die Medikamente und alles, was damit zusammenhängt. Aber mit denen kann man sehr gut leben. Also ich habe wirklich ein neues Leben angefangen mit diesem neuen Herzen und bin da sehr dankbar dafür. Ja, also es geht doch immer mal gut aus. Herr Dr. Koch, wenn man Spender werden möchte, dann muss man was genau tun und wie kann man auch sicherstellen, dass der Wille dann auch im Zweifelsfall realisiert wird? Das aller, aller Einfachste ist, einen der vielen Organspenderausweise zu nehmen und den auszufüllen, bei sich im Portemonnaie mit sich zu tragen und mit seinen Angehörigen einfach darüber zu sprechen, ob man das möchte, ob man es nicht möchte. Das ist das aller, aller Wichtigste. Man muss darüber reden und man muss sich einmal alle paar Jahre Gedanken darüber machen, ob einem das wichtig ist oder nicht. Vielleicht gilt es auch noch zu erwähnen, dass es durchaus möglich ist, ein Patiententestament zu erstellen und auch da ein Passus mit einzuarbeiten, ob man ein Organ spenden möchte oder nicht. Es gibt ja Textbausteine, das ist durchaus möglich, das miteinander zu kombinieren. Man kann ja auf jeden Fall damit Leben retten. Also Sie würden sicherlich dazu raten. Oder wie ist auch Ihre persönliche Meinung dazu noch zum Abschluss? Meine persönliche Meinung ist, ich habe einen Organspenderausweis, ich kenne einige Leute, die ein Organ gespendet bekommen haben und ich finde, es soll jeder für sich entscheiden. Aber für uns und für die Angehörigen ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es eine Entscheidung gibt und es ist besser, man entscheidet es für sich selbst, als dass man seinen Angehörigen diese Entscheidung überlässt. Das waren die Schlussworte. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Herr Dr. Koch. Danke Ihnen. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie alle Sendungen noch mal sehen möchten, gehen Sie ins Internet unter www.leopoldina.de oder www.tvmeinfranken.de. Das sind alle Sendungen noch mal für Sie zum Reinschauen. Ich sage auf Wiedersehen und Tschüss. Das ist es, was Sie sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017